So. Ah ja, genau. Entlasten hat damit so etwas ähnliches geschrieben, glaube ich, was ich gerade gesagt habe. Wenn es läuft, dann läuft es. Das gilt sowohl für den Kapitalismus als auch für den Kommunismus. Es muss halt erstmal laufen. Ich meine, der Kapitalismus, der läuft ja so einigermaßen schon seit ein paar Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden. Und deswegen kann man sich etwas anderes momentan noch nicht, zumindest die breite Masse, nicht wirklich vorstellen. Ich hoffe mal, dass ich hier jetzt mal die Beliebtheit hochkriege mit dieser Aktion. Äh, was? War das jetzt der, das war jetzt der Indonesier, ne? Ich glaube schon. Ich habe jetzt einen Schreck gekriegt. Da kommt gleich Mau und sorgt dafür, dass ich die Nachricht nicht legen kann. Ach Mau, wir haben gerade über da eins deiner Sachen, für die du dich interessiert hast, geredet. Aber ich glaube, man kann es besser machen, als du das gemacht hast, lieber Mau. So. Okay. Brauche mehr Beliebtheit. Ich könnte ganz viele Sachen bauen. Komm. Darf Commander meint, das Team diesmal ist ja richtig produktiv. Ja, sowohl inhaltlich, als auch Dinge, die ich tue, ne? Wir haben ziemlich viel erobert gerade. Anstatt, dass ich sonst immer einfach nur die Zeit weitergeklickt habe. Dann, entlasten, schreibt neue Sonntagsumfrage, SPD 29%. Ja, das klingt, das klingt so, als würde die nächste Bundestagswahl spannend werden, sagen wir es mal so. Denn, wie gesagt, die meisten wollen Schulz als Kanzler haben, aber die meisten wollen trotzdem die, oder die meisten, trotzdem wollen die meisten die CDU wählen. Ich bin mal interessant, bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Dauert ja außerdem noch ein paar Monate, bis es zur Wahl kommt. Und dann wird man den Schulz, den Martin, auch ein bisschen besser kennen. So, Phoenix Main stimmt nicht. Das hat in der DDR auch nicht geklappt, da jeder den schönen, reichen Kapitalismus in der BRD kannte. Also kann er nur gehen, wenn es nur Kommunismus gibt. Ja. Wie gesagt, es muss halt laufen, ne? Das meinte ich ja damit. In der DDR ist es halt nicht so gut gelaufen wie im Westen, wie in der BRD. Und deswegen haben die Leute gemeint, okay, Kommunismus ist doof. Oder Sozialismus ist doof. Wenn es anders gelaufen wäre, wäre es wohl anders gelaufen, ne? Ist halt die Frage. Dann. Und entlastend mag den Stream wegen Meinungsaustausch. Ja, das finde ich gerade auch richtig produktiv und interessant. Das kann so weit weitergehen, meiner Meinung nach. Ich brauche in der Zeit noch ein paar Dinger und so. Und Phoenix Main meint, in der Sowjetunion hat es auch nicht geklappt. Ja. Streite ich auch nicht. Wie gesagt, so richtig hat es ja noch nie geklappt. Zumindest wüsste ich kein Land, wo es schon mal geklappt haben sollte. So wirklich reibungslos, weißt du? Wie es klappen sollte. Und entlastend meint, der Kapitalismus funktioniert nicht einwandfrei. Alle paar Jahre Börsencrash ETC. Das stimmt natürlich. Das muss man sich auch bedenken. Der Kapitalismus hat auch noch nie fehlerfrei funktioniert. Und er kann ja auch so, mit seiner ganzen Finanzblase, die da immer anwächst, kann er ja nicht fehlerfrei funktionieren. Das muss ja dann früher oder später immer mal zu einem Einbruch kommen, meine Güte. Ja, genau. Das ist halt schwierig. Hat beides seine Macken, glaube ich. Oder halt, ja. Oder. Ja, der Sozialismus konnte sich noch nicht so richtig austoben. Weil er, glaube ich, das einzige System sein muss, damit er funktioniert. Das stimmt wohl. Vor allem der Kommunismus, natürlich. Okay. Jetzt. Liebt mich, liebe Koreaner. Liebt mich. Dankeschön. Liebe Koreaner. So, einberufende Reservisten. Warum? Ist doch alles super. Dann, wo war ich stehen geblieben? Äh, Krolig meint, wegen des Kapitalismus wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. Immer weiter. Was außerdem? Dann, Posten zu vergeben. Einen Moment. Äh, Phoenix meint, die Flug auch auseinander. Ach, die Sowjetunion. Die Flug auch auseinander. Und Russland ist auch nicht mehr im wahren Kommunismus. Jo. Bestreite ich nicht. Bestreite ich in der Tat nicht. So. Nehmen einfach mal den Erstbesten hier. Dann. Erkomaner fragt, wen hast du vor vier Jahren gewählt? Tja, ähm, ich sag mal so. Ich glaube, dass ich jetzt nicht sage, wen ich wähle. Ich glaube, das lasse ich dann doch lieber offen. Ich sag meine Positionen. Aber wenn ich jetzt auch noch sage, wen ich wähle, dann könnte das jetzt wieder am Ende als Wahlempfehlung rausgehen. Und die will ich ja, wie gesagt, nicht abgeben. Äh, aber ich sag euch meine Positionen, die ich habe. Vielleicht kommt das selbst drauf, wen ich wähle und so. Keine Ahnung. Ähm. So, das war Indonesien. Friedensvertrag. Kolonisieren. Bitte, Dankeschön. So, wo war ich stehen geblieben? Ähm. Entlassen in mein Jahr und irgendwann kann man keinen Gewinn mehr erwirtschaften. Der Kapitalismus ist nur begrenzt. Er wird in ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten fallen. Ja, ich glaube, das haben die Leute 1929 auch gedacht, dass der fällt, aber... Nun. Er hat sich wieder aufgerappelt. Dann hatte er 2008 oder 2009 wieder seine Schwierigkeiten. Hat sich auch wieder aufgerappelt. Und so wird es immer weitergehen. Auch in kürzeren Abständen. Kommt ja auch öfter mal zu Rezessionen und Krisen und sowas. Hatten wir schon öfter in der Geschichte. Äh. Entlassen schreibt, Russland hat gar keinen Romanismus. Er ist ja auch kein kommunistischer Staat. Ja, das stimmt. Vor allem jetzt nicht mehr, ne. Hat sich ja einiges geändert. In den letzten 20, 30 Jahren. Vor allem in Russland. Äh. Wo sind denn die Soldaten hin? Moment. Ich nehme mal eben wieder diesen Button hier. Sammle alle zusammen. Hier. Wo sind denn unsere Soldaten? Ach, hier haben wir jetzt auch die Leute aus Palau. Zur Auswahl. Wo sind jetzt unsere Soldaten? Äh, sind die jetzt alle weg, oder was? Och nee. Die Soldaten sind wieder weg. Okay. Wir können entweder mit Panzer. Nee, das geht, glaube ich, gar nicht mit Panzer, ne. Ähm. Wisst ihr was? Wir müssen wieder neue Soldaten ausbilden. Die sind aus irgendeinem Grund wieder verschwunden. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht, weil sie zu wenig verdienen. Wir erholen erstmal den Lohn der Soldaten. Einen Moment. Wo sind denn die Beamten? Das ist ärgerlich. Und wie ärgerlich das ist. Wie viel kostet das denn jetzt hier den... Komm hier. Ihr Beamten. Seid es euch wert. Mal gucken, wie viel... Ich mache das noch nicht gleich. Ich gucke erstmal, wie viel das kostet, was ich hier gerade mache. Ah. Mist. Mist. Mann. Nein. So. Ich mache das einfach mit Zahlen eintippen gleich. Moment. Das ist doof, dass das passiert, was passiert. Äh... Okay. Jetzt werde ich hier noch die Zahlen ein bisschen anpassen. So. 39 Milliarden. Geht auf jeden Fall. Mal gucken, was passiert. So. Wo war ich stehen geblieben? Im Chat. Ähm... Darth Commander meint, der Kapitalismus ist einfach nur Dreck. Genau wie der Kommunismus meint er. Dann... Entlastend meint, bisher gab es nur Realsozialismus, soweit ich weiß. Wie ich voraus... Dann... Phoenix schreibt, dass es aber nur so, weil es kein Echtgeld mehr gibt. Nur 10% des Geldes sind Echtgeld. Während es 100% gäbe es auch keine Weltwirtschaftskrise. Das ist aber auch ein Argument, was ich mir mal gedacht habe. Man müsste... Also ich würde mich mal interessieren, was passieren würde, wenn man den Zins abschafft. Also natürlich, wenn man das... Natürlich, wenn man das einführt, dass der Zins verboten ist, ne? Dann würde erstmal alles K.O. gehen, klar. Aber ich meine, wenn man das eingeführt kriegt, dass der Zins abgeschafft wird. Dann würde mich mal interessieren, was passiert. Dann... Anderes Stichwort, was mir einfällt, ist... Kennt ihr das Würglerfreigeld? Und zwar in der Wirtschaftskrise 29 in Österreich, in der Gemeinde Wörgel, hat man nämlich eigenes Geld rausgebracht, das nach kurzer Zeit seinen Wert verliert. Das heißt, die mussten ganz schnell ihr Geld ausgeben und dann damit halt was aufbauen, sonst war das Geld weg. Und dadurch ist das... Und dadurch ist das Würgel richtig in Gang gekommen und die haben so schnell wieder sich wieder aufgerappelt, wie sonst nichts auf der Welt in dieser Zeit. Bis dann irgendwann die Banken kamen und haben gesagt, nee, geht so nicht. Und dann, ja, war es wieder vorbei. Aber in der Zeit, in der das lief mit dem Würglerfreigeld, ging es denen richtig gut, dann ging es richtig voran. Deswegen wäre die Frage, könnte das funktionieren? Geld, das nach kurzer Zeit seinen Wert verliert. Dann müsste man halt alles in Raten immer zahlen. Oder man könnte sagen, es verliert sein Geld, äh, seinen Wert, wenn man es nicht ausgibt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Bisschen wie Inflation, nur ohne Inflation. Wie soll ich sagen? Ist wie Inflation, nur ohne Inflation. Also es ist der positive Effekt der Inflation, das wirtschaftsankurbelnde Effekt davon. Aber halt, äh... Die Feststellung. Das kurbelt die Wirtschaft an, aber hat halt keine Zinsen und sowas. Meine ich damit. Ich weiß nicht, ob das auf daraus funktionieren würde, aber es hat zumindest damals funktioniert. So, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Entlastung schreibt ja, da stimme ich zu. Äh, zu irgendwas da oben. Wenn es das Geld digital wird, wird es 0% sein. Ähm. Kroloic fragt, Daten sind das Gold der Zukunft? Dann schreibt Inquisitor Phoenix, bestes Beispiel Dänemark, da hat der Staat komplette Kontrolle. Dann, äh, wann? Bruch. Achso. Offen gesagt, ich habe... Okay, die Presse ist wieder weggelaufen, weil ich mich nicht um sie gekümmert habe. Äh, das Commander schreibt, jedes Jahrzehnt gab es eine Weltwirtschaftskrise. Entlastung schreibt, ja, die Chorlo-Basidisierung wird nur eine Art Atempause für die Zerstörung des Kapitals sein. Oh. Das Commander schreibt, verlängere die Wehrpflicht. Die habe ich schon so lange gemacht, wie es geht, die kann ich nicht mehr verlängern, tut mir leid. Äh, Entlastung schreibt, irgendwann gibt es nicht genug Ressourcen zum Erwirtschaften, wird es nicht genug Ressourcen zum Erwirtschaften geben. Und Darth Commander meint, dass die Wehrpflicht vorbei ist. Das kann ja eigentlich nicht sein. Denn da kommen ja immer wieder neue Leute nach, wenn eine Wehrpflicht funktioniert. Aber irgendwie kommen bei uns keine nach. Warum auch immer, obwohl wir die maximale Länge bei der Wehrpflicht haben. Keine Ahnung. So, dann Phoenix schreibt, der Kapitalismus dient nur dazu, um den Globalismus zu gründen und einen Globalstaat zu errichten, wo alles Geld digital ist und der Staat mit einem Klick dein Geld und all deinen Besitz löschen kann. Äh, und Inquisitor Phoenix meint, die Wehrpflicht ist nur pausiert. Entlastung meint, ja, und wenn das passiert, wird die Bevölkerung langsam keine Lust mehr haben. Die Banken haben momentan oft mehr Macht als der Staat. Das geht nicht. Phoenix schreibt, falsch, da ist es zu spät und es gibt keinen Ausweg mehr, da wir alle moderne Sklaven sind. Ähm, was noch? Ähm, Phoenix meint, doch, sieht man noch. Ähm, dann schreibt, entlastend, ich meine, das darf nicht sein. So. Äh, das Kapital wird selbst zusammenbrechen und die Menschen werden eventuell etwas helfen. Ähm, dann Phoenix schreibt, ja, ich wünsche mir seit Jahren staatliche Banken, das will ja Le Pen auch machen. Ich komm kaum zu kommentieren, weil ich erstmal das nach, das Lesen aufholen will. Hier, ähm, und dann schreibt entlastend, ja, Kennedy wollte das und wir wissen, was passiert ist. Peng, ne? Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heut. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen, dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.